Großartig! Oh, alles klar. Also, wir suchen wieder einen... Pfotenabdruck! Pfotenabdruck, richtig. Denn das ist unser erster... Hinweis! Ja, den malen wir dann in unser Notizbuch. Wir spielen blau und schlau, blau und schlau. Wir suchen uns noch einen Pfotenabdruck. Hinweis Nummer zwei, der kommt dann ins Notizbuch. Wer wird daraus schlau? Blue, die ist schlau! Wir suchen uns den letzten Pfotenabdruck. Hinweis Nummer drei. Der kommt auch ins Notizbuch. Blue ist ein Wauwau, blau und schlau. Ihr wisst, was dann kommt. Wir sitzen in den Nachdenksessel und denken... 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 Strecken wir uns etwas an. Gehen wir Schritt für Schritt voran. Ruhig Blut, nur etwas Mut. Dann wird alles gut. Na gut. Das ist ein Wauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwau